so ja mal wieder ein paar schöne videos tippets von alten handparade und in der zeit haben wir uns schon mal ein bisschen mit dem rüdiger dem rüdiger schmolke von sonar safer night live berlin unterhalten ich kenne ihn von seinem projekt chill out in potsdam hallo rüdiger herzlich willkommen auf der handparade 2020 schön dich zu sehen ja immer gleich ganz eingemachte wir kennen uns eigentlich schon auch sehr lange das erste interview mit dir glaube ich für 15 jahren gemacht damals doch für chill out das ist ein präventionsprojekt in potsdam ein seltsprojekt in potsdam richtig und mittlerweile bist du für hast du so bist du für sonar aktiv hast auch ein sehr schönes t shirt an und was ist so nah ok ich habe eine kleine präsentation vorbereitet wenn ihr wollt kann ich die mal ein auflegen ja werde ich mal tun so jetzt noch das richtige hat da hat der chrome tab was ok so nah ist immer noch ein relativ neues projekt hans kenne ich ja noch viel länger als dich und wir haben schon vor 25 jahren angefangen uns irgendwie einzusetzen für ein sinnvolles projekt was auch tatsächlich politisch mitgetragen wird und was in berlin ja im party bereich harm reduction self reuse materialien aufklärung drogeninformationen und sowas anbietet und es hat sich eigentlich prioritär immer so auf technoszene konzentriert aber eigentlich so safer nightlife sagt ja schon ein bisschen mehr inzwischen alle möglichen szenen wollen wir ansprechen und letztendlich war es ein super langer sehr zäher kampf die berliner behörden und politik sind ja doch auch zum teil sehr konservativ und da wurde immer sehr sinnlich gesehen und so und es waren sehr sehr schwierig obwohl es schon seit vielen jahren jetzt eigentlich träger gab auch so aus der drogenhilfe das ist natürlich immer der wunsch des senats das sollen dann irgendwie auch etablierte träger aus der drogenhilfe sein und so und letztendlich ist es dann gelungen vorletztes jahr eine förderung zu erreichen und wir haben jetzt ein ziemlich großes netzwerk so nah ist ein gemeinschaftsprojekt von fixpunkt vista und notdienst berlin das sind so drogenhilfe träger der club kommission in berlin da ist auch mein co koordinator da drin und von eclipse bietet seit 1997 auch kriseninterventionen vor der fusion als sogenannte psychedelische ambulanz an macht aber inzwischen viel mehr drogen infos infostände und so weiter und ja ist halt ein peer support projekt was auch völlig ohne staatliche förderung auskommt und da gibt es noch ein paar mehr kooperationspartner in zum beispiel auch den therapieladen der so insbesondere für langzeit und heavy cannabis user auch ambulante therapien für die leute die sich halt entscheiden tatsächlich irgendwie ihren cannabis konsum erheblich runter zu fahren so und schon eben erwähnt dass es gibt so ein hans ist auch seit vielen jahren irgendwie angebunden gewesen es gibt seit vielen vielen jahren jetzt so eine loses bundesweites netzwerk was sich sonix nennt weil es in vielen städten schon lange vor berlin so party drogen projekte gab also in stuttgart inzwischen take mein sohn in münchen die dresdner drugscouts sind vielleicht am bekanntesten durch ihre große reichweite und noch einige städte mehr hamburg gibt es inzwischen und handover und einige habe ich jetzt genau also wir können immer luschen sozusagen wir haben immer noch keine internetseite oder keine eigene webseite aber auf facebook zum beispiel findet ihr so paar basisinformationen sonix netzwerk ja und sonar macht natürlich ich meine wir sind natürlich nicht gefördert dafür dass wir selber party machen sondern wir haben natürlich einen klaren auftrag wir sollen leute unterstützen die problematischen oder angehend problematischen konsum haben und deshalb tut die berliner politik am ende auch geld dafür raus wie machen wir das natürlich informationen durch sowas wie kompetenzvermittlung hier ist ein dreher drin sich gerade und durch beratung und in der praxis heißt das denn wir machen ganz viele infostände jetzt hat uns corona natürlich auch voll erwischt weil die ganzen clubs ja zu sind normalerweise eben in clubs wir haben in einer jahr so kam im letzten jahr so fast 160 infostände gemacht das werden wir wollten wir gar nicht erreichen aber ja jetzt ist natürlich erst mal alles gekillt sozusagen was unsere direkte vor ort an arbeit anbelangt außer dass wir ein bisschen rumspazieren mal und uns sachen angucken zum beispiel in der hasenheide und sowie feiern leute und wir sind natürlich ansprechbar aber es gibt natürlich keine infostände und diese infostände hier das ist ein ziemlich wilder weil ziemlich kleiner da müssen wir uns manchmal auch ein bisschen mit einer nische zufrieden geben aber manchmal haben wir auch viel platz und verteilen dann ganz viele safer use materialien policy bei uns ist alles ist for free das ist uns sehr wichtig und unsere ja ein bisschen so bestgehendes ist das sonar party pack das ist ein safer sniffing pack zum beispiel haben wir im letzten jahr so fast 15.000 davon rausgeschmissen sag ich jetzt mal nicht rausgeschmissen sondern wir haben die weitergegeben und was ist da so drin ist jetzt ein beispiel also wir verteilen nasenspielung wir verteilen ziehblättchen damit die leute nicht irgendwie auf die idee kommen geldscheine zu teilen oder auch ziehröhrchen zu teilen was halt eine große ansteckungsgefahr hat nicht nur mit relativ harmlosen erkältungslinien sondern auch mit hepatitis zum beispiel wir verteilen ohrstöpsel safer sex materialien das kann jetzt viel größere palette sein als hier jetzt nur die kondome und bleibcreme sondern manchmal ist es noch viel mehr und beraten dazu sex positiven partys und kiffen ist jetzt nicht so unser hauptthema muss man sagen weil die meisten leute kommen natürlich an mit ganz anderen drogen sag ich jetzt mal weil kiffen läuft immer so ein bisschen so ähnlich wie alkohol mehr in der techno oder aus feierszene so läuft das fast unter dem radar ja weil aber auch da verteilen wir halt aktivis werden halt auch promoten das und so weiter also werden dann so eine ganze ja es ist jetzt auch nur eine auswahl am ende sind so fast 100 produkte inzwischen mit mit bringen auch so eine party und manchmal distribuieren das inzwischen auch die veranstalter innen selbst wir promoten auch sowas wie die no drugs app es gibt ein partner projekt bei uns das drug checking projekt berlin was immer noch nicht testet was echt ein skandal ist nach zwei jahren förderung das liegt aber nicht an dem projekt sondern das liegt an den begleitumständen und daran dass eben sich alle so schwer tun und alle sich die hosen einnässen sag ich jetzt mal weil sie befürchten dass das irgendwie hochgekocht wird aber wir hoffen nach wie vor natürlich dass auch drug checking endlich möglich ist und wir wissen dass unsere zielgruppe sagt man ja so also die leute die feiern gehen und so die sind natürlich sehr 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 neugierig und wollen alle möglichen infos haben über drogen und ein kooperationspartner ist diese no drugs app wenn ihr sowas über so basis informationen zu substanzen haben wollt oder drug checking ergebnisse aus der schweiz und österreich und spanien und so kann diese halt sehr empfehlen und dann sind wir unsere renner themen weil wir machen auch sehr viel trainings das ist dann immer so die frage wie reagiere ich eigentlich wenn es leuten auch mal scheiße geht auf partys da geht es nicht nur um überdosierung von drogen sondern insgesamt nehmen wir das zeit herner wir wollen fördern dass leute verantwortlich sind sich verantwortlich fühlen und sich gegenseitig unterstützen ja auch so einer party auf so einem festival und das ist eigentlich scheißegal ob die leute jetzt irgendwie drogen konsumiert haben und welche und so weiter oder ob das an ganz anderen sachen geht und gibt und oder liegt und ja wir unterstützen insofern so kollektive und auch betreiber innen und so und bilden die halt fort über thema drug emergencies aber insgesamt eben psychische krisen dazu gehören natürlich auch und ganz die selten verjus und so weiter hier noch mal so einen anderen cartoon ja freundlicherweise übernommen also großes thema ist natürlich auch jetzt wie gehe ich mit leuten um die irgendwie was wollen ja irgendwie unterstützung brauchen bei so einem laber flash zum beispiel ist wahrscheinlich noch der einfache zu fall aber gibt natürlich auch wirklich handfeste krisenzustände und ja wir können dann ins hilfesystem vermitteln und ja das wird eigentlich auch sehr gut angenommen wir haben letztes jahr so fast 40 trainings gemacht auch das werden wir dieses jahr jetzt nicht mehr schaffen weil viele crews einfach zusammengebrochen sind im moment aber we'll come back ja wir haben jetzt überspringe ich jetzt einfach mal die letzte folie und erzähle euch das so und blende mich auch mal aus weil das allerwichtigste vielleicht zu unserem projekt ist dass wir eben auch erstmal ansprechpartner sind und das ganze so als unterstützung aus der szene für die szene verstehen also das heißt die leute die bei uns mitarbeiten das sind ja alles sozialpädagogInnen jetzt muss ich mir hier selber noch mal mein video wurde deaktiviert steht hier weil die bildschirmübertragung gestartet das ist interessant aber eigentlich habe ich die nämlich jetzt beendet naja vielleicht gibt es da nochmal die möglichkeit dann gleich sehen auf jeden fall wollte ich noch mal kurz beenden das wichtigste ist uns natürlich wir sind nicht die leute die jetzt leuten erzählen wie sie alles richtig machen oder was sie zu tun haben sondern wir sind die leute die anregen sich gedanken zu machen wie kann ich meinen konsum sicherer gestalten wie kann ich ein stückchen mehr auf mich acht geben wie kann ich andere besser unterstützen und wir transportieren so unser wissen und ja machen veranstaltungen dazu aber wir tun das in der form wo wir anderen nicht indoktrinieren oder sowas ja und unsere mitarbeiterinnen die sind halt auch alles irgendwie szene affine ja selber leute die sehr gerne feiern und so und da möchten wir natürlich weiterarbeiten und jetzt mal sehen wie das weitergeht es gibt natürlich schon einspargelüste und so aber wir hoffen sehr dass wir auch in dieser konstellation zu drogen infostände es ist was die drogenbeauftragte eigentlich fordert dass wir sich auf augenhöhe unterhält das ist auf einer party wenn man da in einem tp oder in einem zelt und die leute haben zeit und man kommt in tiefere gespräche es ist für die drogenberater sag ich mal die crew an so einem infostand nicht nur ein geben von infos sowohl über cannabis als auch über alle anderen legalen und illegalisierten substanzen nicht wahr schon gesagt genau aber die erfahrung ist auch nicht dass die leute wirklich angst haben ich meine klar man sieht immer ein teil der leute nicht und einige wenn die ne drogeninfo lesen oder kondomberufen sehen die suchen erstmal das weite eher aber in der regel sind die leute total dankbar und ich meine man muss ja echt mal sagen berlin ist ja schon auch sehr liberal und so einen sehr großen verfolgungsdruck jetzt jetzt ist es gerade anders aber normalerweise ist ja ein klub auf ein schöner geschützter ort ja in dem man sich sehr gut austauschen kann über drogen und wir wollen so ein bisschen so durchbrechen das ist immer nur so dass verheinglichte tabuisierte sehr oberflächliche talk gibt über drogen ja alles muss immer schnell gehen und geheim ablaufen und ja irgendwie es gibt dann so die checker und die versorgen die anderen und sagen ihnen passt schon das wollen wir halt durchbrechen wir wollen dass jeder irgendwie kompetent ist die klubbetreiber mit an bord zu kriegen weil das finde ich eine besonders schöne sache weil die haben ja auch von der polizei andererseits oft druck die sind ja im gewissen druck ausgesetzt wenn illegalisierte substanzen verkauft oder konsumiert werden ja was 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 einfach was und 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 ja also erstmal war es sehr einfach wir haben letztes jahr hätten wir ich glaube fast doppelt so viele veranstaltungen am ende begleiten können und haben viel mehr gemacht als wir eigentlich auch von ausgegangen waren wir haben halt die club kommission als wirklich sprachrohr in die szene sag ich jetzt mal und viele kannten auch diese art von angebote schon vorher und es gibt insofern so eine ja so eine grundstruktur von clubs die mit denen wir aber richtig guten kontakt haben wo wir im prinzip jedes wochenende dann zweimal sein könnten ja wenn da veranstaltungen wären gerade es gibt natürlich auch viele andere clubs zu dem wir eigentlich nicht so richtigen draht haben ja weil tatsächlich für viele das auch noch belegt ist macht mir das am ende probleme wird die polizei dann doch oder doch wieder auf uns aufmerksam wir haben vielleicht schon so ein image ja als trophy club oder sowas ja und jetzt suggeriert das vielleicht dass die leute dann noch also dass wir noch mehr so abgestempelt waren und so das ist zum teil noch ein längerer weg also es ist nicht so dass wir in jedem club gleich gut drin sind und das als selbstverständlichkeit gilt das ist sehr unterschiedlich dann wünsche ich noch viel erfolg auf diesem weg ja weil auch sehr wichtig auf jeden fall gesundheit und wohl befinden darum geht es ja derzeit auch immer und vielen dank dass du die zeit gefunden hast das modell hier vorzustellen bei uns und ja viel erfolg schönen sonnenabend noch erhol dich für die einladung und genau ihr könnt ja mal sneaken irgendwie auf unserer facebook seite oder so es gibt demnächst auch wieder eine kleine veranstaltung mit uns also wer interesse hat tritt mit uns einfach in kontakt so oder so danke für den wieder so soirees geplant ihr habt ja so paar soirees gemacht mit podium und das waren doch nette veranstaltungen genau haben wir auch jetzt müssen wir halt gucken mit der nächsten story wir haben tatsächlich eine geplant aber die begleitumstände ja abstandsregeln und so weiter erlauben jetzt noch nicht so richtig dass wir damit öffentlich sind ja das müssen wir kurz also müssen wir nochmals zu checken am besten also wenn wir öffentliche veranstaltungen machen wie zum beispiel nächste woche mittwoch eine kleine austauschrunde ja zum thema drogenbeschaffung 3.0 dann kündigen wir das auf facebook an das ist so eigentlich so der common way und ja wer mit uns in kontakt bleiben möchte das ist im moment der einfachste weg und ansonsten einfach mal nach nachfragen aber guter hinweis dann nochmal vielen dank und ich danke für euren einsatz